Rissei und hallo zusammen. Es geht wieder los. Ich bin gerade in Nachbarort gefahren und habe mir einen Miststrahler ausgeliehen von meinem Mechaniker. Also vorn dran, der 58.20 Uhr auf dem Weg nach Dehnhausen. Nach 8 Tonnen straut man den Miststrahler. Dann werden wir mal schauen, dass wir wieder alles, was ich über den Winter angesammelt habe, rausbringen auf die Felder. Weil wenn man den Mist zu spät streut, dann haben wir im Heu und in der Silage noch Mistpatzel mit drin und das ist nichts. Also der wird heute gestreut und dann hoffen wir, dass es nochmal sauberer wird und dann verschwindet der Mist schön im Boden und düngt meine Wiesen. Bis zum nächsten Mal! Die Guacă. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt muss ich ein bisschen mit der Hand schaufeln, weil man kann ja noch so aufpassen, es fällt ja immer was daneben, aber das ist wahrscheinlich, dass der Bauer Schaufeln nicht verlernt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020